Nächstes Mal bringt ihr alle so Paintball-Dinger mit und dann machen wir beim Menderes Paintball-Schießen. Ja, es gibt auch immer so Menschen, die sind einem wirklich ans Herz gewachsen, sag ich mal. Als nächstes kommen wir jetzt zum 2. Ja, unser quasi erstes Ehepaar, das wir haben bei DSDS. Ein total sympathischer Mann, der uns sehr, sehr, sehr viel Freude gemacht hat. Und ich glaube, ihr wisst, von wem ich jetzt rede, und zwar Frau Pietro. Und seiner wunderwunder, wunderwunderschönen Frau Sarah Engels. Sie arbeiten jetzt auch im Moment an einem Spezial...